Grüße und Willkommen von Moshis hier bei einem neuen VR-Mod-Video. Ich hatte schon länger darüber nachgedacht und für mich macht es am meisten Sinn, wenn ich einmal ein allgemeines Tutorial für die Luke Ross Real Mod mache. Denn jedes Spiel, welches der Luke Ross Mod hinzugefügt wird, ist die Installation im Grunde immer dieselbe. Und daher möchte ich jetzt einmal ein allgemeines Tutorial dafür zeigen, mit ein paar kleinen Details, auf die man achten sollte. Und wenn dann in Zukunft mehr Spiele kommen, die von der Luke Ross Mod unterstützt werden, werde ich immer auf dieses Video verweisen, dann habt ihr das einfacher. Ich kann das kompakter halten und direkt da aufs Gameplay und die Luke Ross In-Game Menüs eingehen. Macht einfach mehr Sinn. In diesem Sinne, viel Spaß beim Tutorial. Wenn ihr die Luke Ross Real Mod benutzen möchtet, müsst ihr Patreon bei ihm sein. Die Mitgliedschaft ist 10 Euro im Monat, beziehungsweise ihr bezahlt einmalig 10 Euro. Könnt ihr es dann sofort wieder kündigen und habt dann einen Monat lang Zugriff auf die Mod. Wenn in der Zeit halt Updates kommen zu neuen Spielen, habt ihr da auch noch Zugriff drauf. Das müsst ihr immer bedenken. Wenn ihr meint, da sind die Spiele bei, die ich spielen möchte, ich bezahle jetzt einmal 10 Euro, lad mir die aktuellste Version runter, dann kann ich diese Spiele immer spielen, weil diese Mod habe ich ja auf der Festplatte. Da müsst ihr bedenken. Ihr müsst halt nicht permanent monatlich 10 Euro bezahlen. Es reicht, wenn ihr das einmalig macht, sofort wieder kündigt, wenn ihr halt nur spezifische Spiele möchtet oder denkt, der eine Monat reicht mir, vielleicht kommt bis dahin was Neues. So viel dazu. Unter der angepinnten Nachricht findet ihr dann meist die aktuellste Version der Mod. Das ist, stand in diesem Video, die Luke Ross 10.0.2. Da klickt ihr einfach drauf und ladet die runter. Die habe ich hier schon drin, deswegen brauche ich die jetzt nicht extra speichern. Dann entpackt ihr die ZIP-Datei. Da drin ist ein Ordner, drei Dateien und die habt ihr dann hier. Das braucht ihr alles zur Installation. Ich zeige euch das jetzt anhand von drei Spielen. Ihr kopiert jetzt das Ganze, klickt auf Kopieren, nehmt jetzt zum Beispiel Hogwarts Legacy. Die Mod sagt, dass ihr das in das Verzeichnis kopieren sollt, wo die EXE-Datei drin ist. Ihr müsst darauf achten, bei jedem Unreal Engine Spiel ist die EXE in dem Hauptverzeichnis nicht die EXE, die ihr haben wollt. Oder wo ihr die Mod hineinkopieren wollt. Sie ist immer in dem Spieleverzeichnisnamen. Was heißt in dem Spieleverzeichnisnamen? Es gibt meistens immer das Verzeichnis Engine. Ein Verzeichnis, was an dem Spiel angelehnt ist. Meist würde es sogar jetzt Hogwarts Legacy heißen. Hier in diesem Fall heißt es Phoenix. Da müsst ihr reingehen. Auf die Binaries, Wind64. Und ihr sucht meist immer diese EXE. Es kann auch sein, dass die Hogwarts Legacy oder beziehungsweise Spielename Binnenstrich Win64 Binnenstrich Shipping Punkt EXE heißt. Dann habt ihr immer die richtige EXE-Datei gefunden. Hier haben sie es direkt Hogwarts Legacy EXE genannt. Bei anderen Spielen steht oft noch Win64 Strich Shipping hinter. Dann wisst ihr, das ist das richtige Verzeichnis. Dort kopiert ihr das Ganze einfach rein. Dateien im Ziel ersetzen, weil ich das schon habe. Passt auch ganz gut. Da würde ich jetzt sogar direkt ein Update machen. Und dann startet ihr einfach die realconfig.bud. Da ich jetzt ein Update mache, kann ich jetzt entscheiden, ob ich die Einstellung, die ich vorher gemacht habe, beibehalten möchte. Oder ob ihr das komplett zurücksetzt. In eurem Fall, wenn ihr das das allererste Mal installiert, kommen eigentlich nur die Passagen, die jetzt hier nachgezeigt werden. Dann seht ihr jetzt RealMod for Hogwarts Legacy Fixing Folder Permissions. Kann sein, dass hier ein paar mehr Dateien stehen. Weil ihr braucht jetzt nicht alle kopieren, weil ich das schon installiert habe. Dann drückt ihr eine Taste und die ganze Mod ist installiert. Eine Wichtigkeit ist, wenn ihr eine 4000er RTX Karte habt. Oder ich glaube, dass es nur an den Karten liegt. Ich weiß nicht, ob es die 3000er betrifft. Es kann aber sein, dass dieser Mod nicht startet. Dafür müsst ihr dann zurück ins Hauptverzeichnis. Geht auf die Engine, Plugins, Runtime, NVIDIA, Streamline, Binaries, Third Party, Win64. Ja, ist extrem langes Verzeichnis. Dann seht ihr auch schon, dass sie jetzt Loot steht. Wenn die Mod nicht starten sollte, das ist oft mit den neuen DirectX 12 4000 Grafikkarten, DLSS Generation, keine Ahnung, ich weiß nicht, ist einfach die SL.interposer.dll einfach umbenennen. Die hat er wohl wieder nach dem Update hinzugefügt. Die mache ich einfach wieder weg. Und dann sollte die Mod funktionieren. Das ist das, was ihr bei Unreal Engine vier Spielen beachten müsst. Mit der Exe und bei DirectX 12, beziehungsweise bei 4000er Grafikkarten, dass ihr eventuell diese Interposer.dll umbenennen müsst. Wenn wir jetzt als Beispiel Cyberpunk nennen, habt ihr jetzt in diesem Falle keine Exe-Datei. Wenn ihr diesen Fall habt, ist es oft so, dass sich in dem Bin-Verzeichnis, meistens ist ein Bin-Verzeichnis, die Exe befindet. Dann geht ihr hier zum Beispiel auf Bin, X64. Dann habt ihr hier die Cyber.exe, das wäre in diesem Fall der Zielpfad eurer Mod. Hier die Dateien rein kopieren und dann wieder die real.bud starten oder real.config.bud starten. Dann habt ihr sowas wie Elden Ring, da seid ihr im Hauptverzeichnis, geht auf Game und seid dann direkt im richtigen Verzeichnis. Das ist jetzt ein Beispiel, wenn die Exe-Datei direkt im Hauptverzeichnis mehr oder weniger des Spiels ist. Dann könnt ihr da einfach die Dateien rein kopieren und dort die real.config.bud starten. Wie immer müsst ihr daran denken, wenn ihr das Spiel auf Steam habt, unter Eigenschaften den Kino-Modus zu deaktivieren. Sonst würde das wieder im Kino-Modus starten, so wie es da steht und nicht in die VR-Mod hinein. Da immer dran denken. Damit habt ihr alles erledigt, was ihr braucht, um die Mod zu installieren. Ich zeige euch jetzt noch einmal in einem Spiel die Ersteinrichtung der Mod. Und dann haben wir eigentlich alles abgedeckt, damit ihr diese Mod vollends genießen könnt. Wenn ihr dann die Mod das erste Mal erzielt habt, werdet ihr diesen Willkommens-Screen erhalten. Dort könnt ihr euch eine Taste für das Quick-Menü aussuchen. Ihr gebt Pause vor. Ich mache meist so eine Kombination. Bei mir ist das STRG-F12. Ihr könnt da jede beliebige Taste drücken, die ihr möchtet. Und klickt dann einfach auf Done. Damit habt ihr alles erledigt, um das in VR genießen zu können. Wenn ihr jetzt die Tastenkombination drückt oder die Taste, öffnet sich wieder das Menü. Es ist von Spiel zu Spiel abhängig. Ihr habt entweder ein Obermenü, wo ihr mehrere Sachen aussuchen könnt. Oder ihr kommt direkt ins Haupt-Real-Overlay. Und das wäre dieses hier. Dort habt ihr immer dieses Real-VR-Fenster. Dann spezifisch für das Spiel 1, wo ihr detaillierte Sachen einstellen könnt. Da werde ich dann aber jeweils in dem Spiel, in dem Video drauf eingehen. Da brauche ich jetzt nichts zu erzählen. Ihr könnt noch Reshape machen. Dafür gibt es noch ein extra Tutorial-Video, was ich mal gemacht habe. Und hier in Overlay habt ihr hier zum Beispiel die Taste, die ihr noch ändern könnt. Wenn ihr Reshape benutzt, könnt ihr hier noch Taste definieren, wie ihr das Android ausstellt. Aber das ist im Grunde genommen alles, was ihr soweit wissen müsst. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sowas wie Cyberpunk spielt, könntet ihr jetzt noch hier einen Slider haben, wo ihr eure adaptive Auflösung anpassen könnt. Aber das seht ihr dann auch. Damit könnt ihr dann rumexperimentieren. Ihr könnt hier die HUD-Größe einstellen, wie weit das HUD von eurem Gesicht entfernt ist. Wenn ihr jetzt ein Spiel habt mit Zielsystem bei Cyberpunk Aim Downside, wie weit das HUD dann entfernt ist in diesem Modus, wenn das umschaltet. Ihr könnt hier das AER V2 einstellen, ob es ein Drittel der Rate ist, eine Hälfte der Rate oder Legacy. Die Hälfte oder Drittel versucht halt quasi so ein asynchrones Bait Warping zu machen. Bei einem Drittel müsst ihr konstante 60 FPS halten, damit das flüssig aussieht. Bei einer Hälfte müsst ihr 90 FPS halten, damit das flüssig aussieht. Und damit es keine zu großen Grafikfehler gibt. Ihr könnt natürlich auch im Legacy-Modus laufen. Das kann aber sein, dass ihr da zwischen, je nach Spiel, 70, 80, vielleicht auch 90 FPS kommt. Vermeidet oft größere Grafikfehler oder komische Grafik-Artefakte, aber es könnte ruckeln und zu Ghosting führen. Ihr müsst da halt mit den Einstellungen rum experimentieren, was für euch am besten ist. Was ganz wichtig ist, es kann sein, bei manchen Spielen, wenn ihr die Maus bedient, dass ihr zum Beispiel hier mit der Maus stecken bleibt, oder wenn jetzt das Fenster, gehen wir mal eben so hin, das Fenster hier ist, dass sie nur bis hierhin kommt mit der Maus und nicht tiefer. Das liegt daran, das ist oft bei Unreal Engine Spielen so, dass die Auflösung des Spiels größer ist, als die Auflösung, die euer Monitor fahren kann. Das heißt, das Bild des Spiels streckt sich über den Monitor hinaus. Aber die Maus ist immer noch auf eure Monitorgröße limitiert. Nicht wundern, ihr kommt dann einfach nicht weiter, weil die Maus nicht weiter kann. Ihr könnt dann aber auf den höher ziehen. Ihr müsst darauf achten, wenn diese Vierecke da sind. Wenn ihr da zu dicht kommt, dann lockt sich das Fenster daran an. Finde ich ein bisschen nervig, mache ich nicht. Aber ihr könnt dann versuchen, wo war es denn jetzt gerade? Ich muss ja ein bisschen nicht daran, wo ist es denn, wo ist es denn, wo ist es denn? Habt ihr jetzt diesen Pfeil, dann minimiert ihr einfach das Fenster, zieht das runter, bis zu der Stelle wohl mit der Maus nicht weiterkommt. Beziehungsweise ein bisschen höher. Und zieht das Fenster wieder hoch. So macht ihr das Fenster kleiner und habt dann die Chance, unten zu kommen. Weil ihr könnt halt immer noch mit dem Mausrad scrollen. Und so könnt ihr dann jede Option erreichen, die ihr möchtet. Da müsst ihr immer drauf achten. Nicht wundern. Das ist nicht, dass die Mod kaputt ist oder irgendwie was. Das ist einfach so, dass ihr eine höhere Auflösung gewählt habt, als euer Monitor kann. Wenn das nicht geht, im aller, aller schlimmsten Fall, könnt ihr oft in die Einstellung des Spieles gehen und wählt dann eine Auflösung aus, die euer Monitor näher entspricht. Wenn ihr jetzt einen 1080p Monitor habt, könnte 1920x1920 schon mal reichen, dass ihr überhaupt zu den Einstellungen kommt. Aber wie gesagt, eigentlich funktioniert das auch, das Fenster mit dem Mauszeiger kleiner zu ziehen, nach oben zu schieben und dann kommt ihr auch an allem bei. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Dann habt ihr eigentlich alle Grundeinstellungen gemacht. Das Rest ist um experimentieren, einstellen, viele spielen individuell. Aber die Grundinstallation ist damit erledigt und ihr könnt die Spiele in VR genießen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren mit den Spielen in VR und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao.